Hannover 96 und der SV Darmstadt trennen sich 2 zu 1 und Darmstadt verspielt den nächsten Matchball. Macht Darmstadt jetzt einen Erfolg, ein Kiel? Ich hoffe es nicht, zumindest für die Darmstädter. Und man muss es ganz klar sagen, Darmstadt hatte sich in den ersten knapp über 30 Minuten selbst versaut. Das war absolut schlecht verteidigt, absolut nicht mit der Willenstärke, womit man glaube ich ins Spiel gehen wollte. Und es war Nielsen, der durch einen schönen Kopfballtreffer das 1 zu 0 erzielte und das ging auch vollkommen in Ordnung. Hannover hat das super gemacht heute und ja, diese Saison scheint einigermaßen gut für Hannover auszugehen. Dann noch Teuchert mit dem 2 zu 0 und das Ganze, wo Darmstadt sich einigermaßen gefangen hat. Ja, was soll man dazu sagen? Ganz, ganz bitter für Darmstadt, die allerdings zum Glück nochmal irgendwie rankam, rankam dann durch Tietz kurz vor dem Pausenpfiff auf 2 zu 1. In der Folge, man muss sagen, Darmstadt war bemüht, aber ich fand Hannover trotzdem insgesamt heute besser. Und Darmstadt musste dann auch leider noch zwei Platzverweise verbuchen, einmal Bader und Manu. Das ist ganz, ganz bitter, weil das sind zwei starke Leistungsträger. Und gerade in der jetzigen Situation, zwei Spieler, ja, die fehlen in den letzten oder im nächsten Spiel. Das ist natürlich sehr, sehr bitter. Ich bin gespannt, wie die letzten beiden Spieler laufen. Ich gebe keine Prognose mehr ab, denn wir haben heute gesehen, es kann alles passieren. Wir hören uns im nächsten Video und ciao, haut rein.